Der Marker Kingpin auf die Waage legen, dann sehen wir wirklich, der Ski ist für eine Mittelbreite von 100 mm mega, mega leicht. Ziehen wir jetzt noch das Gewicht von der Marker Kingpin ab, sehen wir, das ist wirklich ein Top, Top Ski. Und das alles macht es für mich eigentlich zu dem perfekten Tourenski für alle Leute, die zwar lange Touren gehen wollen und denen das auch Spaß macht, die aber keinen oder fast keinen Kompromiss beim Runterfahren machen wollen, die wirklich das geile Surfgefühl beim Runterfahren haben wollen, die durch den Powder Splashen wollen, dass einfach das Fahren Spaß macht, das Fahren steht im Vordergrund.